Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Gäste, im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung darf ich Sie alle sehr herzlich begrüßen zu unserer heutigen Dialogveranstaltung Soziale Marktwirtschaft und Gerechtigkeit. Ich freue mich sehr, dass Sie wirklich so zahlreich heute Morgen zu uns gekommen sind und ich bedauere, dass wir über 200 Personen eine Absage erteilen mussten, weil eben hier im Hotel derzeit keine größeren Raumkapazitäten zur Verfügung stehen. Meine Damen und Herren, die Friedrich-Naumann-Stiftung trägt den Namenszusatz für die Freiheit. Viele Menschen können mit dem Thema Freiheit, besonders in Wohlfahrtsgesellschaften, nicht allzu viel anfangen. Sie nehmen gerne ihre Vorteile an, beantworten ihre Anforderungen aber mit Achselzucken. Leider erfahren viele Menschen die Bedeutung der Freiheit erst, wenn es sie nicht mehr gibt. Und meinen vielen Leuten erscheint sie nicht so bedeutsam, die Freiheit, weil sie selbstverständlich geworden ist. Einige fürchten sie eher vor ihr. Andere wiederum befürchten, dass sie anderen mehr nützen könnte als ihnen selbst. Wiederum andere geben sich als Bedenkenträger nach dem Motto, zu viel Freiheit sei schädlich. Sie fördern am Ende eher den Egoismus und die so oft bemühte Ellenbogengesellschaft. Wer die Liberalen unterstützt, der müsse am Ende alles selber machen, ist dann das letzte Argument für bequeme und veränderungsunwillige. Auch wenn man in Deutschland mit einem freiheitlichen Politikangebot eher fremdelt, dürfen sich Liberale nicht beirren lassen. Und meine Damen und Herren, auch nicht nach dem desaströsen Wahlergebnis vom 22. September letzten Jahres, bei dem die Wählerinnen und Wähler uns, die FDP, aus dem Bundestag hinausgeworfen haben. Wir haben verstanden, dass wir daran allein selbst schuld gewesen sind. Ich sage es mal zurückhaltend, wegen unseren eigenen politischen und personellen Angebotsschwächen. Für den notwendigen Neubeginn in der FDP, für den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag, also die Agenda 2017, sind noch enorme Anstrengungen erforderlich. Als erstes hat sich die FDP personell grundlegend neu aufgestellt. Die FDP hat wieder eine gute Visitenkarte. Darum freue ich mich sehr, dass heute der Bundesvorsitzende der Freien Demokratischen Partei und Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Christian Lindner, zu uns gekommen ist, hier in die Landeshauptstadt Stuttgart. Lieber Christian, es handelt sich nicht um eine Annexion. Meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht in meiner Heimatstadt Karlsruhe hat vor vielen, vielen Jahren einmal ein Urteil gefällt über die politischen Stiftungen und hat uns auferlegt, dass wir Distanz zu halten haben gegenüber den uns nahestehenden Parteien. Aber das Bundesverfassungsgericht hat uns nicht dazu verpflichtet, Selbstverleugnung zu betreiben. Und deshalb sage ich hier, die Friedrich-Naumann-Stiftung ist Teil der liberalen Familie. Und deshalb wünsche ich dir, lieber Christian, viel Erfolg für die bevorstehende Europawahl. Ich wünsche dir und der FDP natürlich viel Erfolg morgen in Bayern bei der Kommunalwahl und dann wieder im Mai, wo in zehn Bundesländern, übrigens auch in Baden-Württemberg, für die Kommunalwahlen gewählt wird. Und ich freue mich sehr, im Hinblick auf die Europawahl, dass der Spitzenkandidat der baden-württembergischen Liberalen, Michael Theurer, Mitglied des Europäischen Parlaments, unter uns ist. Er steht auf Platz zwei der Bundesliste. Und dann sind wir sicher, lieber Michael, dass du dem nächsten Europäischen Parlament wieder angehören wirst und hier für die Liberalen, auch in Baden-Württemberg, kämpfen wirst. Vielen herzlichen Dank für dein Kommen. Applaus Ich freue mich sehr, dass Herr El-Mignabi, der stellvertretende Landesvorsitzende der Freien Demokratischen Partei Baden-Württemberg, unter uns ist. Und ich freue mich sehr, dass der Landtagsabgeordnete der CDU, Herr Löffler, heute bei uns ist. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Das Interesse der CDU an der Existenz der FDP scheint doch noch nachhaltig zu sein. Herzlichen Dank. Und ich wünsche natürlich auch Ihrer Partei Erfolg bei den Wahlen, allerdings mit der einschränkenden Bemerkung, solange es meiner Partei nicht schadet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für Ludwig Erhard schien es eine ausgemachte Sache zu sein. Das ihm zugeschriebene Wirtschaftswunder war eigentlich keines. Und deshalb möchte ich Ludwig Erhard selber zitieren. Er sagte einmal, wenn ich Ludwig Erhard diesen Begriff ablehne, so deshalb, weil es in Deutschland kein Wunder ereignet hat, sondern eine auf freiheitlichen Prinzipien begründete Wirtschaftspolitik der menschlichen Arbeit Wert und Sinn verhieß und der Fleiß und die Hingabe eines Volkes wieder Zwecken der menschlichen Wohlfahrt nutzbar gemacht wurden. Also, freiheitliche Prinzipien in der Wirtschaftspolitik waren für Erhard keine wundersamen Dinge, sondern die rational begründbaren Ursachen für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes. Seit über einem halben Jahrhundert haben wir nun in Deutschland die soziale Marktwirtschaft. Sie verknüpft die Freiheit des Marktes mit dem Gebot des sozialen Ausgleiches oder wie wir heute sagen, der sozialen Gerechtigkeit. Ein hohes Maß an Wohlstand und politischer wie sozialer Stabilität ist daraus erwachsen. Das Wirtschaftssystem, das Ludwig Erhard mit Hilfe der FDP nach dem Krieg aus der Taufe hob, legte den Schwerpunkt auf den Markt und die freie Preisbildung. Das Credo lautete, Wirtschaftswachstum ist die beste Sozialpolitik. Eine funktionierende Marktwirtschaft strebt danach, die soziale Frage erst gar nicht aufkommen zu lassen. Und dieses System, meine Damen und Herren, gerät seit einigen Jahren zunehmend unter Druck. Die Ansprüche und Erwartungen wurden in den letzten Jahrzehnten stetig genähert, während das durch Leistung ihr wirtschaftete Gut immer geringer ausfiel und dem globalen Wettbewerb standhalten musste. Die altbewährte Ordnung der Bundesrepublik, die auf Leistung setzte und damit zu Wohlstand führte, wird durch immer neue Eingriffe des Staates schleichend zersetzt. Die Politik ist immer mehr mit der Verteilung statt mit der Erstellung des Bruttosozialproduktes beschäftigt. Die tragenden Säulen der Wirtschaftsordnung, Wettbewerb und Leistungsbereitschaft drohen ausgehebelt zu werden. Mehr noch, Gewissen und Haltung, Freiheit und Verantwortung, Gemeinsinn und verbindendes Etwas, dieser Kitt, der Menschen und damit auch die Demokratie zusammenhält, geht zunehmend verloren. Und meine Damen und Herren, das Bürgertum schweigt und die Wirtschaft scheut und streit. Und das sind keine guten Zeiten für eine freiheitliche Wirtschaftsordnung. Nicht zu dieser Gruppe der leistetretenden Mehrheit gehört erfreulicherweise unser heutiger Gast, der Unternehmer und Diplomkaufmann Wolfgang Grupp. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Grupp, dass Sie heute zu uns gekommen sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu diskutieren. Applaus Wir kennen Sie alle als Verteidiger des Deutschen Arbeitsplatzes. Unter Ihrer Führung hat die Firma Trigema seit Ihrem Eintritt im Jahre 1996 weder kurz gearbeitet noch Arbeitskräfte aus Arbeitsmangel entlassen und garantiert auch heute noch den Kindern aller Mitarbeiter einen Arbeitsplatz nach dem Schulabschluss in Ihrem Unternehmen. Und meine Damen und Herren, während in der Textil- und Begleitungsindustrie in Deutschland in den 70er Jahren und wir kennen ja in Baden-Württemberg hautnah diese Probleme, die ja auch bei uns durchgeschlagen haben, Hunderttausende von Arbeitsplätzen vernichtet worden sind, hat die Firma Trigema unter ihrer Führung über 450 Arbeitsplätze zusätzlich aufgebaut. Heute beschäftigt die Firma Trigema im Jahre 2014 über 1200 Mitarbeiter. Und das ist eine gewaltige unternehmerische Leistung in Burladingen, meine Damen und Herren. Applaus Das jüngste Sozialwort der beiden christlichen Kirchen in Deutschland vor wenigen Wochen gesprochen, betonte zu Recht die gegenseitige Verantwortungsethik von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in der sozialen Marktwirtschaft. Gerade kleine und mittlere Unternehmen leben diesen eingeforderte Kultur tagtäglich in ihren Betrieben und das wissen wir ganz genau in Baden-Württemberg. Gerade inhabergeführte Familienunternehmen wie Trigema übernehmen in hohem Maße soziale Verantwortung und sind damit beispielgebend. Ich finde, das muss gesellschaftlich viel stärker anerkannt werden und Sarah Wagenknecht und ihre linken Truppen sollen dies endlich auch mal begreifen, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich auch bei Dr. Christopher Gohl, der den Dialog zwischen unseren beiden Gästen und dem Auditorium moderieren wird. Dr. Gohl kommt vom Weltethos-Institut an der Universität Tübingen und dieses Institut wurde, wie die meisten ja wissen, von dem bekannten und streitbaren katholischen Theologen Professor Küng gegründet, der mit den früheren Päpsten ja immer mal wieder im heftigen Zwist lag. Der neue Papst Franziskus ist sicherlich und ich darf das vielleicht mal salopp formulieren, ist sicherlich eher seine Kragenweide und in seiner ersten Lehrschrift hat dieser Papst Franziskus in seiner Lehrschrift Evangelii Gaudium eine ganz in ganz bemerkenswerter Klarheit sich zur unternehmerischen Freiheit geäußert. Und diesen Satz möchte ich aus dieser Lehrschrift zitieren. Es geht um die, und so weit das Zitat, edle Arbeit des Unternehmers, der fähig ist, die Güter dieser Welt zu mehren und für alle zugänglicher zu machen und damit dem Gemeinwohl zu dienen. Soweit der neue Papst in dieser Lehrschrift. Denke, dass dem eigentlich nichts hinzuzufügen wäre, außer einem Satz. Zu unternehmerischen Freiheit gehört auch ein freiheitlicher Staat, der den Unternehmen die Freiräume lässt, zu handeln, der aber auch stark sein muss, um Grenzen zu setzen, auch Grenzen zu setzen in der Wirtschaft. Der aber auch allerdings in der Lage, sich auch selber für sein Handeln Grenzen zu setzen. Und das ist die Grundlage einer marktwirtschaftlichen Ordnung, über die wir heute sprechen und diskutieren wollen. Ich freue mich, Christian, dass du jetzt das Wort ergreifst. Ich überlasse dir das Podium. Vielen herzlichen Dank. Applaus Applaus